Der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi sorgt wieder einmal für Ärger, diesmal bei seinem Besuch in Italien. Gaddafi ist nach Rom gekommen, um ein zweijähriges Freundschaftsabkommen zu feiern, das Libyen und Italien wirtschaftlich immer enger aneinander gebunden hat. Aber Gaddafi pflegt während seines Aufenthaltes nicht nur wirtschaftliche Beziehungen. An zwei Veranstaltungen hat Gaddafi versucht, italienische Frauen zum Islam zu bekehren. Gaddafi und Berlusconi. Mit dem italienischen Ministerpräsidenten verbinden Gaddafi grosse wirtschaftliche Interessen. Die zwei eröffneten in Rom eine libysche Fotoausstellung. Aber Gaddafi trifft in Italien nicht nur Politiker, er hat sich auch zwei Treffen mit hunderten Italienerinnen organisieren lassen. Auch heute brachten mehrere Busse junge Frauen zur Residenz des libyschen Botschafters in Rom. Eine Agentur hatte sie rekrutiert und bezahlt. Vor ihnen unter Ausschluss der Öffentlichkeit hielt Gaddafi eine Ansprache. Bereits gestern waren hunderte Frauen zu Gast bei Gaddafi. Mit auf den Weg bekamen sie die Botschaft, Europa müsse zum Islam konvertieren und als Geschenk den Koran. Zu diesem habe Gaddafi auch Auskunft gegeben. Wir konnten Fragen stellen und er hat geantwortet. Fragen zu Religion und dem Koran. Andere journalistischere Fragen hat er nicht akzeptiert. Die Aktion kommt in Rom, besonders in Vatikan nahen Kreisen schlecht an. Wenn ich in Libyen das Christentum predigen würde, wie viel würden sie darauf wetten, dass ich nicht mehr ganz nach Italien zurückkehre? Auch die Presse kritisierte die Aktion und empört sich, dass Italien sowas mit sich machen lässt.